Ich glaube, ich muss mir das T-Shirt ausziehen, ey. Boah, das ist brutal. Geil, Bernie. Geil. Der Vorteil am Teamsweg. Du kannst dich mit den Leuten unterhalten, indem man nackt ist. Ja, das ist wieder Cyberman. Was macht denn die für eine Klasse? Ich bin auf dem Moped. Du musst schon hin, Bernie. Was siehst du doch auf der Karte, dann? Oh, Bernie, sitzt du hier hinten drauf? Nee, der Bobo. Oh Gott, wir haben beschossen. Wir müssen zu A und B, oder was? Ja. Müssen wir das beschützen? Vor uns, Bobo. Oh, ich hab ihn geroadkillt. Oh, hier ist er. Ich bin down. Kill, kill. Als ob es dir was noch gar nicht geben würde. Ach, scheiße, du bist ja draußen. Ach, nee, ich hab mich nicht gekauft, scheiße. Ach, ja. Das müssen wir hier entschärfen. Ja. Oh, komm schon, komm schon. Hast du auch nicht in den Kopf? Hey, es hat doch mal von einem Polizisten und Brorhäte. Okay, ich hab einmal kurz drauf gehalten, schon wurde ich, wenn die beide tot. Ich hab sie entschärft. Ich hab sie entschärft. Da, hinter dir. Nein, jetzt kill den Action. Schärfen. Nee, du hast ihn nice. Hier ist Medic. Wow. Nice try. Aber... Habt ihr schon was gekauft? Nee. Also ja, ne. G36C, die ist geil. Ich hab jetzt von dieses hoch- und runterklettern geholt. Oh, ich wär beschossen. Ganz hart. Hä? Von hinten kommen sie. Oh Gott. Loool. Wow. Oh, sch... Oh, der hat mich. G36C links auf der... Nee, MG36 auf der Brücke links. Das sieht da richtig lustig aus, das Motorbike. Aber was zur Hölle mussten wir jetzt machen? Einfach nur A und B beschützen, dass sie keine Bomben dranlegen. Ach so. Ah, okay. Was ist denn jetzt hier? Jetzt könnt ihr das formen, oder was? Ja, ist klar. Also, zwei HP hat der noch, ne? Ins Gesicht geschossen. Nein, nein. Ich habe Rützer vorgedeckt. Los, rätst mich, du du. Rätst mich, er kommt es zu mir. Du, ein Schwachsinn. Das bleibt ja eine halbe Stunde stehen, ne? Du hast noch oben ein Papier. Ja, der hat jetzt nichts mehr gebracht. Trappling-Opera ist nämlich der Name. Jobbäder. Oh, oh. Aber gehen sie jetzt... Drüben, andere Seite. Hoch an, oben an der... Drücke, ja. Drücke, ja. Ich habe ihn. Okay. Ah, cool, man muss doch einmal E drücken. Das ist ja geil. Ich will aufkeißen. Jo. Jo. Gute. Und ein Auto. Ist down. Ist down. Ich habe einen Perk, ah, einen Perk kriege ich jetzt. Chessplay, der, gib mal her. Oh Gott, ich werde... Wow! Oh Gott, ich habe keine Munden mehr. Die gehen runter. Nein, der hat mich. Da wollte ich ihn ganz cool holen, ey. Die kommen jetzt von der anderen Seite. Von der anderen Seite. Von der Brücke. Ne, die gehen unten rein. War hier Motorcycle. Ich komme. Unterring von Auto. Oh, Sniper hinter mir. Oh, oh, oh. Von der linken Seite kommen die. Zahre ich doch. Oh, oh. Jetzt bin ich runtergefallen. Ach, das ist wie Rush so ähnlich auch, wa? Eigentlich fast dasselbe, ne? Ja. Ja, oder wie Capture the Flag dann. Jetzt haben sie eine Bombe gelegt. Da müssen wir ihn schärfen. Ich habe nicht mehr viel HP hier, Jungs. Jetzt geht der Kran wieder down. Oh, nee. Ist gar nicht gut. Oh, ich renne mal weg. Oh, nein. Wo kippt der hin? Birney, ich weiß nicht, wo langt man beim Körper. Nein. Hat mich da immer gekillt. Ach, nee. Kilton Action. Boah, Alter, ist das laut, ne? Birney, ich spawne bei dir, mein Freund. Der Sonne. Oh, oh. Oh Gott, Birney. Hast du? Ja, hier ist aber noch einer. Hm. Und Sniper ist auch noch von hinten. Ja, ich weiß. Von hinten, ey. Nee, er hat geradezu und beitert geradeaus. Scheiße, die haben es schon wieder gelegt. Pass auf, hier rechts ist der Kleine. Sniper habe ich. Oh Gott, Birney, scheiße. Nice. Kannst du mich retten? Kannst du mein Kit aufheben? Nee, ich kann leider nicht platzen. Oh, ich bin down. War das denn im Breaching Charge? Neu C4 oder was? Na, wahrscheinlich. Wahrscheinlich so eine kleine Leuchtfackel oder so. Weißt du schon, so ein kleiner A-Böller oder so. Ein Fünfe. Oh, nee, was war das denn? Sind sie aufkriegen und down? Noll, da sind noch welche unter der Treppe. Fuck. Der Flash-Gerd, der hat mich. Oh, scheiße. Ach so, da ist ein Zeichen, wird dir da angezeigt, wenn du übst, unter Beschuss stehst wahrscheinlich. Ja. Das weiß ich auch nicht. Ich komme wieder mit dem Moped. Du Assi! Das ist mein Kahn. Nee, raus. Oh Gott. Scheint aber gar nicht so einfach zu sein für die Gegner. Naja, ist auch das Gefühl. Nice, wir haben es, oder? Ja. Ach so, aber auch coole Soundkulisse. Es lag ganz schön. Hä? Bei mir leckt nix. Nächste, bei mir läuft auch wunderbar. Mach ein Netcode, alter. Ah, mit C sprüht man das Logo. Nein, ich bin down. Was geil wäre, wenn es hier diese SUVs gibt. Womit sich dann jemand an die Seite stellen kann. Den müssen wir es aus dem Filmen kennen. Ich weiß nicht, ich bin bei dir. Warte, ich werfe dir mal einen Medipack hin. Oh, Scharfschütze bei mir. Appen. Aber die kannst du hier voll geil flankieren, die Leute. Ey, aber sonst ist das nicht so, ne? Ah, das ist wahrscheinlich, weil wir wieder übelst abgehen. Bin ja auch ganz oben mit dabei. Mach ein Double Kill, oh Sniper. Oh, nee, das ist aber nur angezeigt, wo du getroffen wurdest. Wenn so Kopf rotet, so der linke, rechte Arm. Ja. Ja, wir haben das so gut gerockt, ja, würd ich sagen, oder? Ich darf Schütze drühen. Ja, der ist down. Was noch inner? Ah, natürlich hast du Autos gepanzert, ne? War ja klar. Nein! Hahaha. Na ja, mach ein 2-0er KT. Das reicht für heute, ne? Hm. So, haben wir mal den Machinikressen. Oh, dieses Motorcycle. Nice, Jungs. Oh, haben wir schon gerockt. Cool. Oh, Tickets taken.